Hallo, hallo, halbe Stunde gebe ich dir. Wo bist du gerade? Wo du gerade bist? Hallo, wo bist du gerade? Wo bist du gerade, habe ich gefragt. Ja, nicht da, wo du bist. Bei einer anderen Stunde bist du nämlich da, wo ich bin. Hab ja gesagt, du hast einen kleinen, du hast einen Arsch. Ja, du bist! Du bist ein König Sadja, Astrein. Zack, Bus 92, Sadrath, hier hin, hier, Gras. Ja, bis morgen. Ne, nicht bis morgen. Ja, haben wir schon morgen? In einer anderen Stunde bist du hier. Ciao.